hallo und herzlich willkommen zurück zu hallo geht's mal nicht dahin sondern auch nicht dahin schnell reisen mit x ja ich hab mich vertippt wo war der anfang hier oben so ich fange jetzt und jeder sorte pals mal zehn stück wird ja mal angezeigt dass wenn ich wenn ich zehn stück von von der sorte habe das dann die irgendwie durch den bonus bekommen oder so keine ahnung wieso aber und dem bestimmt nicht wie viel von denen habe ich stehe das jetzt stehen das würfel ich von denen ich kaufe in den habe ich zähne das war aber nicht in der sache das wollte ich nicht warum ist das so hier sind zwei tasten auf eingelegt das finde ich ja auch nicht besonders gut so war dann waren hier oben noch andere da hündchen nein das ist wenn man das eine zeit lang nicht gespielt hat findest du bitte hier meine meiner guten sachen nicht verbrauchen für dich hühnchen habe ich jetzt fünf von zwölf ok da stand das jetzt eben schon wieder tot lamball wie viel waren das ich muss noch mal gucken wo er war da so war doch da so eine linie ist noch ein lammball ja ja und 12 und 12 ok ich glaube die brauche ich nicht mehr tut mir leid aber hühnchen was das was dich fangen sieben von zu haben die das jetzt erhöht auf zwölf dachte zehn wir haben das erhöht unfassbar okay euch kann ich ja noch nicht mal anschießen hier seid ihr direkt tot zwei von zwölf oha das kann jetzt aber dauern wo sind die jetzt hin da doch mal ja also ich werde hier oben hühnchen und kätzchen sammeln richtig richtig und hier unten gibt es noch kätzchen gibt es ja auch hühnchen aber da hinten gibt es noch ganz viele hühnchen schläft das also tot ich glaube das ist tot so 84 stück brauche ich nur nehme ich dir so lange solange dich mit also aus dem hinterhalt muss doch das direkt funktionieren ja das war ja fast hinterhalt fast auch nur fast daneben ja ja ok 7 auch mehr kätzchen da läuft man da oben sind auch noch kätzchen und da brauche ich noch hühner warte mal ich habe keine blauen mehr das aber bitter neun von zwölf das ist echt bitter warum habe ich keinen blauen mehr und die erzählen hat sie es 9 kann ich zwei auf einmal jetzt wurde mir das angezeigt aber bei zehn aber schon und nicht bei zwölf und kätzchen und noch ein hühnchen da so mit zwei hühnchen aber ein kätzchen etwas von hier aus aufgedopft noch ein kätzchen und noch ein hühnchen da stoppt kätzchen naja komm her digga bleib hier nämlich dich sollte auch ab sind wir auch schnell macht gerade aerobik 12 von 12 ab 10 gibt es ein bonus ok ich bräuchte noch ein hühnchen wir sind doch hier oben also nur hier oben ich brauche ich nicht die weg ein hühnchen noch kommt du mir den gefallen ein einziges hühnchen komm schon wo mache ich das die hühnchen habe ich gar nicht in verschlag oder so doch ein hühnchen habe ich da da ist noch eins ok hühnchen nummero zwölf was wie ja ist aber gut okidoki so ist das nächste ding ganz da unten dann gehe ich hoch muss erst wieder palzpferden machen eier und fleisch und lasse ich mal hier rennen meine kleine recke habe ich mich verschluckt beim reden okidoki so wir gehen wieder ins lager lege uns ins bett so dann brauche ich noch 10 foxpaxe glaube ich gibt es hier keinen ähm keinen so einen überblick was man so am start hat also palpedia und warte mal sehe ich das hier ne ne noch 12 von 12 alles klar 12 von 12 hühnchen 12 von 12 foxpax habe ich nur drei aber die waren auch da oben irgendwo ne die foxpaxe ähm essen die will ich jetzt aufwerten ich meine der ist 35 will nämlich zu dem ähm pflanzenboss jetzt nur ähm die ähm guck nicht so grimmig ich mach dir gar nichts warum packen die das nicht hierin geht das kann ich einem sagen hallo lagere mal nur ein aber wo kriege ich denn eigentlich die eier her hab nicht ein hühnchen hier hier ist doch auch keins drinnen ne ähm was ist das hier ein sack da liegt ein sack rum was ist das was war das ich hab nicht aufgepasst ähm mach hier mal ha 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 rezept ändern mehl maximal wo ist der botten maximal war nicht mehr da mach es halt so was hat ich hier reingemacht äh alles mögliche ah jetzt packen die hier holz in so ein kram rennen äh sollen sie aber nicht ist jetzt egal man man hab ich ein level ups level 36 warte mal war hier was mit ähm mh große paar blätten moment mal technologien kann ich jetzt kann ich jetzt großes palbett ja super brauche ich hochwertigen stoff dafür ja gewähr munition ja ich weiß nicht ich weiß nicht garten möbel set nee 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 wir bauen jetzt zwei große palbetten und dazu brauche ich nehm die nägel raus pack die hier rein äh warum hab ich rote beeren mit zack raus fleisch raus eier raus das raus äh das bleibt ich wollte hier ins auftrag geben war das hier? ne war es nicht es war hier ne und den maximal geht nicht mehr mama mama 100 stück ne ich mach 50 50 50 50 hier rechts und links geht auch nicht mehr doch da produktion beginnen und danach bitte dann die die anderen die anderen ok was wollte ich jetzt tun achso palbetten bauen ne ach man nein b ist bauen tecker ein großes palbett da habe ich alles bis auf hochwertigen stoff und zwei soll ich bauen also brauche ich hochwertiger stoff mache ich denn hier da hochwertiger stoff wolle mach mal mal mach ruhig mal 20 stück ein los kommt jemand her benötigt handwert werk handwert handwert hab ich das ding eigentlich noch was kann ich denn hier machen holzkohle könnte ich hier herstellen ja 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 kann ich das da hinten in dem ding auch also in dem da ja kann ich auch ja ja ist das ist der schneller nein b ich glaub's nicht äh wo ist das ding da die qualität ist schon etwas besser aber die das tempo lässt noch zu wünschen wünschen übrig aha warte mal und der normale ofen der kurzer ist langsam also wäre es doch schlauer wenn ich zwei von denen baue oder äh auch nicht so nein nicht da rein so sind alle satt bis auf ich bis auf mich bis auf ich äh dann so okay was machst du denn da hä ja sprühe mich voll spritz mich ab ähm hier wird nicht gearbeitet warum nicht ja weil er zornig guckt ne mach ich selber so ich hab bis gleich ich hab jetzt mal abgebrochen ach man wo sind die palbetten da zwei stück soll ich bauen alter äh leute leute ähm also gemütlich ich hoffe da passen mehrere hin ein b ja nicht das noch irgendwann was fehlt nägel noch 20 nägel und hochwertiger stoff noch acht mit hier gearbeitet ja ein bisschen noch 20 nägel hä jetzt 5 mal 25 25 ne 4 mal 5 so hallo wie 8 da kommt gar kein ha 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 auch eisenbahren ok eisenbahren maximal tube produktion beginnen los licht los hop hop und ich muss noch mal hier ran ne ja dann mache ich es halt selber so nägel dazu brauche ich metall barren habe ich geholt äh acht nägel nehme ich dann mach die schnell fertig die zwei dann habe ich acht dann habe ich noch zwölf ne so nägel zwölf elf zwölf dann mach du mal zwei mach ich mal 18 mache ich mal 18 geht nicht mache ich mache ich 12 egal los auf geht's ja guck an wenn der dicke hilft ne guck mal wie schnell das geht und warum hilft der denn dann nicht hier beim stoff zum beispiel naja egal ich melde mich wenn ich hier zwölf nägel habe habe ich acht also noch vier nägel nehmt nehmt die mal raus jetzt habe ich 14 nägel das reicht doch also können wir loslegen kommt noch mal so ein palbett dahin alter nein b ach ich brauche ja 20 nägel warum sagt mir das keiner und wenn ich hier nicht arbeite arbeitet hier keiner oder was ok die restlichen nägel kann jemand anders machen so und jetzt b ok alle her kommen und bauen alle her kommen und bauen hop 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 machen sie gut aber beim helfen da sind sie nicht so gut ok ich habe mal gerade nochmal nachgelesen hier können auch große palz schlafen das heißt ich muss in zukunft nur die dinger bauen oder verletzte palz können hier schlafen aha ok ok ja gut dann kann ich auch jetzt hier ähm lagerverbesserung ne lagerverbesserung baue stahl truhe habe ich doch gemacht das ist doch eine stahl truhe oder nicht doch nicht in der stahl truhe warte habe ich sowas wie in der stadt ne ich glaube die habe ich noch nicht stahl truhe wo sind denn die truhen ne 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 holztruhe eisentruhe ja klar große kiste ich kann keine stahl truhe habe ich die nicht gelernt stahl truhe wühlschrank kein plan ok gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin gehabt euch gut und tschüss tschüss